Hallo und willkommen zurück bei Zombies und ihr hört ja zwei leicht Deprivierte, Sonne ist auch wieder dabei natürlich. Ja, hallo. Wir haben uns da ein Video angesehen, weil wir neugierig waren, wie viele Phasen der Boss noch hat. Und das ist ein Boss mit fucking sechs Phasen. Warum? Einfach nur warum? Da war ein Typ, der hat alleine nur mit dem Coil drei Minuten am Stück da rumgestanden, wenn er so viel Material hatte. Und selbst der hat alles drauf wusen müssen. Ja, also diese letzte Phase, die er bei uns, also im letzten Phase gesehen hat, das war halt eben Phase 3 von 6. Und das ist, ja ihr könnt es euch vorstellen, fucking deprimierend gerade. Und wir haben uns jetzt schon so einen Notplan gemacht. Ich meine, wir können nicht anders. Wir müssen natürlich auf Fortuna hoffen und haben uns jetzt gesagt, wenn unsere ersten Tränke, also Grillins und Miner, wenn das Monstertränke sind. Und wenn wir mit diesen die Kopfphase schaffen, dass wir dann einmal safe staten. Allein das zu erreichen, ist unglaublich unwahrscheinlich. Aber wir müssen darauf hoffen, sonst haben wir keine Chance. Das Problem ist, dadurch, dass wir halt immer die Passwörter sonst genutzt haben, sind wir halt komplett unterbesetzt, was das Material angeht. Ach, John, hier war übrigens die Stelle, die ich meine. Ah ja, okay. Kommst du? Ja. Okay, dann aber erst einmal so viel Tiefe möglich hätte ich können. Ach Gott, also ich versuche jetzt, es zu ignorieren, wie deprimierend das ist gerade alles, aber... Wir müssen jetzt erstmal der Spinne gut einheizen, sonst haben wir eh keine Chance. Ja, das war der zufällige Trank. So. Dann war er aufnehmen. Ja, okay, also können wir den versuchen, im Grunde schon knicken. Aber okay, machen wir mal weiter. Also, knicken im Sinne von, wir werden den nicht save-staten. Das Blöde ist halt, ich dürfte auch rein theoretisch gar nicht alles raushauen, weil... Ja, man braucht es halt theoretisch noch, ja. So, mein letzter Trank. Ich kriege halt nichts mehr. Ich kriege keinen Monstertrank. Todestrank, ja geil. Ganz toll. Ich muss da rein theoretisch jetzt schon benutzen, aber ich noch ein bisschen den Erleben habe, um in eine Save-Stelle reinzubringen. Ja, aber mal ehrlich, wenn... Das reicht hinten und vorne nicht, das kann man jetzt schon knicken. Ja. Naja, jetzt haben wir die Schwimmel schon zweimal gekillt mit der Erkenntnis, dass es nicht reicht. Irgendwie, wenn man bedenkt, wie viele Parts, wir alleine für die erste Spinne gebraucht haben, aber für diese Spinne. Ein so fucking harter Boss, der schon bis jetzt schwerer war als jeder andere Boss in Dark Souls oder sonstigen Spielen, wo es heißt, die Bossen sind zu schwer. Ja. Ich muss ehrlich sagen, also ganz ehrlich, ich habe... Ich mache gleich... Ich mache mal ein zehnjähriges Let's Play Jubiläum und ich habe noch nie an irgendeinem... Sehr oft daran gedacht, ein Let's Play irgendwie zu überspringen, abzubrechen oder sonst wie was. Klar, ich will das nicht abbrechen, aber ich will auch keine Cheats oder sowas benutzen. Das ist halt auch genauso blöd. Aber dieses Spiel treibt mich wirklich an meine Grenzen, weil... Ich meine, was willst du anderes machen? Klar, andere haben die Passwörter nicht genutzt und haben viel mehr Ressourcen und das ist eben der Knackpunkt. Wir haben die nicht und ich glaube nicht, dass wir nochmal von vorne anfangen wollen, nur wegen diesen scheiß Bots. Und das ist jetzt wirklich so... Da ist man echt in der Predulie gerade, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Das stimmt. Ich habe aber ehrlich gesagt mit was völlig anderem gerechnet als das hier. Ja. Sowieso. Das ist echt überflieben. Also ich... Klar, letzter Boss hat ein paar Phasen, aber sechs Phasen? Das Traurige ist, jeder dieser Phasen hat mal eben eine gute Minute oder mehr gedauert und der Typ hat über 300 Dosenbomben draufgejagt. Ja. Das ist gerade mal ein Fünftel von dem, was wir haben. Wir kommen relativ safe, kommen wir in die zweite Phase. Das ist ja schön und gut, aber... Leute, ihr seht jetzt Phase 2. Jetzt habe ich mich schon wieder so viel bewegen müssen, dadurch, dass ich nicht richtig stand. Jetzt wird der Trank gleich weg sein. Es wird wahrscheinlich nicht mal reichen, um die Brillengläser zu zerstören. Aber was hat denn jetzt für eine Pose eingenommen? Sonst ist er immer links und rechts. Und jetzt kotzt er dich von da oben an. So eine Scheiße. Das ist ja noch nicht immer. Ja, ich kann nichts machen. Ich muss da hin. Ja. Ja, und dann ist der Trank weg. Ach, dieses Spiel, ey. Ganz ehrlich, das haben die so dermaßen übertrieben. Okay, also kann er anscheinend doch da rüber treffen. Bei dem Typen hat er nämlich nie da rüber geworfen. Ja, wäre auch schön, wenn das jetzt bei uns klappen würde. Aber vielleicht muss das so pixelgenau ein perfekter Stand sein. Keine Ahnung. Ja. Also die Spinnphase ist mittlerweile das weniger Schlimme für uns. Wer hätte es gedacht, ne? Aber ja. Ja, und das sage ich über die Phase, die uns etliche Nerven gekostet hat und Parts gekostet hat. Aber es ist eine Lernkurve. Ich meine, wir finden die Spinn jetzt einfach. Okay, auf ein neues. Wir brauchen jetzt halt auch einfach mal Glück mit den verdammten Tränken hier, dass ich auch mal wieder ein Monster werde. Das ist schon länger her. Ja, das ist halt oben. Oh, komm schon. Oh, Todesdrank. Ah, shit. Das fängt ja gut an. Direkt die Todesdrank, ey. Das war keine Scheiße. Ich habe auch wieder nichts Shit und ich konnte... Okay, das war jetzt hier wieder... Ich hätte wieder früher... Es hat so eine Sache, ne? Wenn man dann denkt, ha, es ist wahrscheinlich ein Heilungstrank und dann willst du den nicht zu früh nehmen. Und das ist auch wieder Kacke. Ach, Mann. Das ist ein Scheiß. Versuch kann man eigentlich schon wieder total vergessen. Ja. Ja, ehrlich, kannst du jetzt schon laden, oder? Das ist... Ja, stimmt. Wir haben ihn jetzt auch echt relativ wenig eingeheimst. Ah, RNG ist echt scheiße. Ja, es könnte doch jetzt echt mal, dass ich... Wie lange ist das her, dass ich mal wieder ein Monster war? Das gibt's doch nicht. Wie lange ist das? Ach, wie lange ist das? Anyway... Okay, ich nehme jetzt. Komm schon, bitte. Hey, wieder nichts. Okay, gleich den nächsten. Vollheilung. Ich werde kein Monster mehr in dem Game. Es ist zum Kotzen. Es ist die Hölle, Leute. Na ja, versuche ich wenigstens so viel wie möglich noch Damage zu machen, damit... Ich verstehe da noch. Na ja, das war's. Ich konnte leider nicht viel raushauen. Wir haben etwas mehr eingeheimst wie das letzte Mal. Ich habe noch fast volles Leben. Ja. Ein bisschen Waffen, aber... Ey, wenn meine Tränke nicht funktionieren. Wir sind darauf angewiesen, wenn wir noch drei weitere Phasen vor uns haben. Das ist... Ach. Ich meine, jede dieser Phasen hält dann auch noch so extrem viel aus. Ja. Also man kann es auch echt übertreiben. Wirklich. Also ich hoffe, der zweite Teil ist fairer. Wenn wir eine Umfrage machen würden, ich glaube, es gibt hier keinen Zuschauer, der da noch sagen würde, ey, Leute, das wäre nicht schlimm, wenn ihr hier sonst wie das angehen würdet. Ja, es ist... Ich würde es echt gerne regulär. Ich würde es wirklich gerne regulär schaffen. Aber das Spiel macht es uns echt extrem unfair schwer. Das stimmt allerdings. Allein zu sehen, was der Typ da an Material hatte, der den einen durchgezogen hat und trotzdem noch schwer hatte. Der hatte am Ende keine Ahnung wie viele Leben. Das habe ich gerade schon vergessen. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, die Entwickler müssen sich doch auch die Option bedenken, dass es Spieler gibt, die mit Passwort spielen. Also das ist ja gar nicht so abwegig, gerade auch in der damaligen Zeit. Da spielt man das ja auch nicht unbedingt am Stück durch. Ja, jetzt gerade auch nicht mal die Spinnenphase geschafft. Oh, Mann. Ja, es ist... Man merkt halt einfach, wie der Motivationsknick jetzt gerade reinhaut bei uns. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch überhaupt nicht mehr verwunderlich. Aber danke. Das war schon bis zu früh. Ja, es dauert noch eine Weile, bis er damage kriegt. Wollte eigentlich den anderen Trank trinken. Jetzt bin ich wieder ein Zombie-Typi. Toll. Bin ich ja so hilfreich. Wenn sie wenigstens alles angreifen würde, halt auch die Spinne, ne? Ja, dann war wieder ein Heiltrank. Super. Jetzt ist an, sie spielt halt null mit. Ich weiß... Ey, wann werde ich überhaupt noch mal ein Monster? Ist das möglich? Oh, nein. Scheiße. Okay, hart, hart. Ja, ich habe die Taste nicht mehr gedrückt gekriegt. Ja, jetzt passiert mir auch öfters. Was eine Scheiße. Aber was für eine, ey. Es ist so deprimieren gerade, ey. Das ist... Ich muss auch sagen, das ist dann auch wieder so ein Punkt, was überhaupt keinen Spaß macht. Nee. Kein bisschen. Ich bin ja für Herausforderungen, aber faire Herausforderungen. Das hat nicht mehr viel mit Herausforderungen zu tun, ey. Vor allen Dingen dieses... Dass es so extrem von RNG abhängig ist, um das überhaupt zu schaffen. Absolut, ja. Ich nehme jetzt auf gut Glück den Trank und es war... Oh, Glück gehabt. Das war Monsterpack. Gut. Jetzt lass es bei mir wieder auch einen sein. Das war ein Heiler. Natürlich schon nötig. Gut, dann werde ich ihn aber weiter einrußen. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Heilung ist immerhin das zweitbeste. Wir ziehen ihn gerade relativ gut rein. Gute ist, dass ich noch gerade jede Menge von den anderen Sachen habe. Okay, jetzt mal ein zweiter Trank. Was ist passiert? Wieder gar nichts. Dass einfach ein Trank einfach gar nichts bewirkt. Auch geil. Nee, du hattest nur ein Leben. Deine Energie war, glaube ich, runtergegangen auf eins. Ach so. Ja, ganz toll. Das war wirklich. Hatte ich auch eben gehabt. Dann war ich auch direkt tot. Aber ich glaube, du kommst jetzt mal wieder in die zweite Phase. Wir haben ihn ganz gut eingebust. Ja, und ich habe noch einen Trank. Aber wisst ihr, Leute, wie gut es wäre, wenn ich halt auch mal wieder ein Monster werden würde? Wenn wir einfach mal zu zweit ein Monster in der nächsten Phase wären. Man kann nur davon träumen. Ja, das ist das Problem, dass sie zu arncht, die abhängig gerade ist bei uns. Ja. Das hat ja nichts mehr mit Skills zu tun. Du musst gucken, dass die Tränke funktionieren. Ansonsten ist es halt reines Glücksspiel gerade. Wir haben die Spinne jetzt schon so oft gekillt. Mhm. Die ist auf jeden Moment down. Also die hat richtig gute Hand bekommen. Ja, und ich habe noch einen roten Trank. Und ich habe noch eine Heilung. Immerhin. Immerhin. Dann, äh, du willst es machen? Erst die Heilung und dann den Trank? Ja, ne? Ich werde da draufhalten nochmal und, äh... Ja. Und dann muss ich schnell sein bei drei Balken, ja. Ja, Problem. Ich habe noch Schlüssel. Das ist ja schlecht, dass ich dort. Stimmt, ja. Ja, okay, okay. Vielleicht. Mal schauen. Das Ding ist halt Positionieren bei dem Glatzkopf dann. Und du weißt ja, du darfst es nicht großartig bewegen. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich weiß nicht, so oben links, damit du ihn links, sowohl links, als auch oben triffst. Weißt du? Das war so eine Idee. Mhm. Aber gut, erstmal muss die Spinne jetzt endlich weg. Ah, komm. Das ist aber auch wieder so ein scheiß RNG, dass du die ganze Zeit nur da in der Ecke am Umgabern und es noch nicht Ruhe kommt. Ja. Aber gut, ich meine, das ist ein Zeitspiel. Das ist okay. Wir dürfen uns so nicht verleiden lassen, sich da zu bewegen. Nee, kann ja jetzt. Du musst ja gleich drauf gehen. Die hat jetzt schon so viel durch die Bomben bekommen. Ich musste die Spinnen kaputt machen, weil sonst, äh, sobald der Tanks endet, wäre ich tot gewesen. Stimmt. vor allem, das sind so viele Spinnen gewesen gerade. Mhm. Ja, war schon richtig. Da hätte ich mich auch nicht meilen können. Ja, war schon richtig so. Ach, komm. Die kann doch nicht mehr viel haben. Wir haben die doch so gut eingeheizt. Ja, ich treffe die ja die ganze Zeit nicht, das ist das Problem. Die ist ja die ganze, die rennt ja die ganze überall rum, nur nicht da, wo ich bin. Ja, jetzt sehr schön. Das war schön. Ja. Jawoll. So, wieder ein paar Treffer. Ja, die sind super schnell. Jeden Moment. Oh nein. Pfeil. Okay. Aber jetzt müssen wir schnell in die nächste Phase kommen. Das kann doch nicht sein, dass sie noch lebt. Geht nicht anders. Ja. Jawoll. Na ja, gut, war ja eh, klar, ja. Ich bin halt nur die Fragezeichen-Dinger gewohnt. In meinem Inventar. Aber du stehst schon sehr gut, wenn dir jetzt der Glatzkopf kommt. Ja. Dann noch ein bisschen weiter links und dann hast du beide Seiten abgesichert. Eben. Das war auch der Gedanke gerade dabei. Ja. Nur jetzt für die Spinne ist es gerade blöd, weil die den Screen halt nicht so nutzen. Ah, sehr gut. Ja, ich hatte extra noch vorher ein bisschen was weggemacht von den Spinnenetzen, damit ich besser laufen kann. Naja, das ist gut. Ah, komm, kann das Vieh jetzt mal explodieren? Was ist denn gerade los mit ihr? Ah, die ist halt die meiste Zeit in der falschen Ecke gewesen. Das war's halt. Durch, dass die viel weniger verwacht wurde. Ah, jetzt schön. Schöner Treffer gerade. Komm schon. Wir haben nur noch ein paar Phasen vor uns. Ich will mal interessieren, wie viel Leben das Missvieh hat. Und wie viel Schaden man mit der Faust macht im Vergleich als Monster im Vergleich zu irgendeiner Waffe. Das würde mich echt mal interessieren. Ich glaube, gar nicht mal so extrem viel. Der Vorteil ist halt die Unzerstörbarkeit. Aber ich ich glaube, je besser wir mit den Cola-Bomben da treffen, desto effektiver kommen wir da durch. Aber wir haben halt auch keine 300. Ja. Keine Ahnung, wie viele leben. Oh Mann. Wir müssen uns da jetzt was überlegen. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt noch wochenlang an dieser Scheiße gucken. Also, sobald wir es mal wirklich zu zweit schaffen und noch Zeug haben und bei der Spinne sind, äh, bei dem Kopf sind, und da müssen wir auf jeden Fall safe-staten. Ja, das ist halt der Plan, aber das ist halt wie ein Lotto-Gewinn. Wann passiert das schon mal, dass wir beide einen geilen Trank haben und diese Phase recht schnell? Ja, wenn man denkt, wie lange wir gebraucht haben, bis wir einmal einen safe-staten-würdigen Part hatten bei den Ameisen. Eben. Aber gut, es kann passieren. Das ist halt das Problem mit dem ANG. Alleine schon die Tatsache, dass sie vorher schon dachten geklaut haben, bevor wir überhaupt im Bild waren. Ja, das stimmt. Oh Mann, ich habe jetzt aber echt das Gefühl, dass die jetzt einfach mal das Doppelte aushält. Das gibt es doch nicht. Wir haben hier doch vorher ganz gut eingesetzt. Wir haben ja richtig viel eigentlich verpasst. Ja, endlich. Jetzt müsste es sich ein bisschen links drehen, aber nicht so viel laufen. Ja, ich wollte ein bisschen weiter in die Ecke rein, weil sonst die Reichweite nicht so groß ist. Oh nee, wenn er jetzt rechts bleibt, ne? Oh nee. Ey, dieses Spiel. Ach man, das ist doch so mies. das kann halt auch passieren. Ja, er rückt halt nach, er rückt halt nach rechts. Bis zum Wald. Ah ja, so eine Scheiße, ganz ehrlich, das macht doch keinen Spaß. Er hätte halt nach links gehen müssen. Das bringt gar nichts, sich am Anfang zu positionieren. kann man hier nicht irgendwo an der Stelle tricksen ab der Phase. Die Teller machen aber gut Schaden. Oh, Tatsache, also jetzt schon zerbrochene Gläser? Ich meine, das waren gerade mal drei, vier Treffer. Ich glaube, die Teller hebe ich mir mal auf für den. Genau, also das war gerade sehr wirkungsvoll, holy shit. Verdammt gutes Geschirr. Ja. Okay, so, wieder vorbereiten. So, 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 okay. Komm bitte, Archie. Einmal, nur einmal. Lass mich mal wieder ein Monster sein. Gegen sowas. Scheiße. Wenn es schon zu los geht, ne? Einmal links, ein Stück noch, ein Stück noch. Ah, ja, ja, ja. ja, Mann. Okay. Ah, scheiße, feller. ok ich muss nehmen aber ich kann nicht nehmen ok endlich hat sie getrunken aber es war wieder nur eine heilung toll ganz sehr interessante soundbugs ja hatte ich auch komm ich ne Glück letzten trank kill insta kill trank und ich bin auch noch so ein scheiß unzerstörbares ding das ist doch echt mies vor allem dass es überhaupt tränke dabei gibt die einen sofort töten das ist so scheiße total ich meine dass hat einen zufälligen positiven effekt haben kann oder so ist ja okay aber warum muss man dann auch noch was reinbauen dass man einfach mal sofort getötet wird ohne dass man was tun kann es ist doch kacke einfach es ist an sich so ein geiles spiel aber warum muss man dann sowas machen ja am ende das war wieder ein ein leben trank das war wieder so ein negativ tranken ich hatte kein leben mehr gab weil ich direkt die heilung nutzen muss weil ich da auch fast nur gewesen und da auch wie lange ist das her aber wir stehen nicht unbedingt gut da weil ich mal so ehrlich bin man kann schon schaden haben wir ihn gut eingehust es geht so ne ja also wenn wir jetzt bald in die glatze phase kommen wie stellen wir uns da am besten na schwierig ne ja einer oben einer links wir müssen halt wenn er links also wenn er nach links kommt er halt perfekt für uns dann müssen wir uns nicht so kurz positionieren jetzt geht aber gerade schön schaden so gerade die kombination wie wir stehen ist ziemlich gut ja stimmt da oben rechts ist ja noch relativ safe aber wenn er runterkommt kriegt er ordentlich was na komm passier dich nicht so ach komm jetzt chill nicht da oben ab ey das ist doch ein kack heute ja gut da waren ein paar schöne treffer von dir wieso bin ich schon fertig ich drück die ganze zeit wie ein bekloppter du willst mich ja mal verarschen warum bin ich schon fertig das ist doch gar nicht bewegt ja eben nicht ich hab auch gedrückt wie so ein idiot das kann doch nicht wahr sein ach man das hätte doch noch viel länger gehen müssen so ein kack ey ich bin so salty kann ich verstehen ich auch das ist gerade hat einfach wirklich nichts mehr mit mit heraus aus zu tun wie du schon sagst das ist einfach nur noch angie und drauf hoffen dass man irgendwann mal was gut zu kriegt und vor allen dingen dass der boss mal sich gut bewegt weil diese spinnen netze sind ja sowieso schon das größte problem die ganze zeit ja absolut zweite phase meine ich okay nach dem boss aber man muss sich nicht so übertreiben oder drei phasen sag ich mal ist auch noch okay das wäre dann klassischer endboss aber sechs phasen euer ernst das drückt einfach voll aufs gemüt ich verstehe auch nicht warum das hier jetzt nicht schon längst sich verwandelt hat wir haben ihm doch ganz gut schaden gemacht auch als monster sogar zwei monster schaden ach warum war ich nur so kurz ein monster das ärgert mich jetzt am meisten ich habe gedrückt wie ein herrer ich weiß nicht vielleicht ist das auch noch angie wie lange das hält dass wir quasi glück haben kannst du ewig lange hält und dann wenn du Pech hast schnell zu ende geht so zum kotzen ey da hängt aber auch die ganze zeit nur an ecken rum wo man ihn nicht treffen kann mhm ich hab das gefühlt dass sie erst jetzt schnell geworden ist es gibt es doch nicht du bist doch schon längst ich mag ja eigentlich überraschung aber nicht dieser art ne macht keinen spaß ey was hält die gerade aus ja das gibt es doch nicht ganz ehrlich was haben wir hier vorhin alles reingerockt als hättet ihr auch bei jedem run unterschiedlichen ähm lebensbalken oooohh es gab mir die da hinten rum wo man nicht rankommen ja aber du musst ja da bleiben weil bei der verwandlung dann und dann natürlich auch wieder hoffen dass der Typ nach links geht überhaupt ach ist das ein Mist ey wir waren so gut und wir kriegen sie nicht mal klein das gibt es nicht was war denn jetzt was war denn jetzt ihr Problem warum ist die jetzt einfach nicht gestorben ich weiß es nicht also viel mehr konnten wir echt nicht drauf rufen oh okay ich würde sagen letzter Versuch und dann yo haben wir nochmal eine Verlängerung oh bin ich deprimiert ey ich auch ich habe mich so gefreut gehabt wo ich diese explodierende Spinne gesehen hab und dann diese Erlüchterung dann auch ey nicht euer Ernst o okay okay Das war wieder so ein 1-HP-Trank. Das wird nochmal in die Verlängerung gehen und ja, wir haben zwar unseren Superplan, dass wenn es mal klappen würde und mit den Monster drängen, dass wir dann Self-State, aber ich weiß nicht, ich könnte genauso gut Lotto spielen. Ich glaube, bei Lotto hast du eine höhere Chance, dass es mal was wird. Ja, also ich gucke mir das jetzt noch ein paar Wochen, ein paar Parts an, aber irgendwann soll es ja auch mal enden. Ja, ich denke mal, wir überlegen uns schon mal einen Plan B. Ja, und ich glaube mittlerweile, jeder der bis hierhin geguckt hat, ist uns da überhaupt nicht sauer, wenn wir zu anderen Maßnahmen treffen müssen, aber irgendwann muss es ja mal enden. Und das ist ganz ehrlich, also echt krass, dass sich nach so vielen Spielen, nach so vielen Jahren mich das Spiel dazu zwingen. Aber wow, Zombies, Eight My Neighbors hat es echt geschafft. Ja, das war die ganze Zeit eigentlich fair, aber herausfordernd. Und dann dieses Finale. Ich muss sagen, okay, mit der Spinne, dass das so hart war am Anfang, bis wir die mal geschafft haben. Das war ja auch ein richtiges Gefühl, wo wir sie endlich dann geschafft haben. Ich fand ehrlich gesagt, das mit dem Doc auch noch in Ordnung, als wir den dann gesehen haben, hab mir gedacht, okay, der hat jetzt seine zwei Phasen, aber ja, ne, er hat halt vier, fünf. Ja, ich dachte ja auch beim Video, okay, der hat ja noch eine Phase, wie drei Phasen, Boss, wie noch eine Phase und noch eine Phase? Wollt ihr mich verarschen? Ja, und das kann nicht deprimierender sein, ganz ehrlich. Vor allen Dingen, der Typ hat mal eben das, keine Ahnung wie vielfacher von uns, mal überlegen, 300 Dosen, der hat da Kreuze gehabt von über 200, er hat da 50 Teller gehabt und, 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 also der war komplett vollgepackt mit allem. Eben, ja. Also ich würde sagen, wir versuchen das jetzt mit unserem Vorhaben noch so ein, zwei Wochen, wochen, aber wenn es da nichts wird, dann müssen wir langsam halt gucken, dass wir das anderes abschließen. Ja, das war es auch schon wieder, leider. Ja. Okay, Leute. Nicht mal die Spinne tot. Guckt uns noch zwei Wochen beim Verzweifeln zu, vielleicht haben wir ja den Jackpot und vielleicht klappt es ja und wenn nicht, dann bringen wir es an, das werde ich zum Abschluss. Ich finde es zwar schade, wenn man zu so einem Mittel greifen muss, aber irgendwann ist auch meine Geduld da echt am Ende. Ja. Zumal wir auch mehr als im Nachteil sind im Vergleich zu den anderen. Absolut, ja. Wow, Mann. Okay, dann viel Spaß beim nächsten Mal. Jo, bis dann und danke fürs Reinschauen. Vielen Dank. Bye.